Hallo und herzlich Willkommen, in diesem Video dreht sich alles um die Beschleunigung. Immer wenn sich die Geschwindigkeit von etwas ändert, tritt Beschleunigung auf. So haben Raketen zum Beispiel eine so große Beschleunigung, dass man erst ein langes körperliches Training durchlaufen muss, bevor man mit ihnen fliegen kann. Da die physikalische Größe der Beschleunigung so wichtig ist für die Beschreibung von Bewegungen, werden wir uns hier etwas genauer damit beschäftigen. Dabei wirst du zuerst lernen, was die Beschleunigung ist und welches Formelzeichen und welche Einheit sie hat. Danach wirst du einige Beispiele für Größenordnungen von Beschleunigungen sehen. Und zum Schluss wirst du noch lernen, wie man Beschleunigungen messen kann. Jetzt weißt du worum es geht und Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com